Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich wieder ein Dämm-Hall und Müller-Hall, mehr Müller. Ich war die Tage bei Müller, da gab es viele Angebote und jetzt hat man auch diese Müller-App, wo man auch mit Coupons, wo man Coupons benutzen kann auch und da war, als wir, als wir, ja, allgemein angemeldet haben, gab es 5 Euro und ja, und ich habe noch 2 Leute empfohlen, deshalb noch 1 Euro, deshalb 6 Euro hatte ich und deshalb habe ich das auch ausgenutzt und ja, und ich würde sagen, viel Spaß. Achso, ihr könnt mir gerne kostenlos abonnieren, würde mich riesig freuen oder ja, und die Glocke aktivieren nicht vergessen und ja, und ich würde jetzt sagen, viel Spaß mit meinem Video. So, ich mache erst mal mit dem weiter, nicht weiter, ich fange erst mit dem an, weil ich habe nur ein paar Sachen und dann Müller ist ein ganzer Beutel, so eins, weil ich auch viel gekauft habe. Ich wollte euch die Preise sagen, weil einblenden, ich habe zur Zeit nicht so viel, ich habe zur Zeit nicht so viel Zeit, weil wir ja auch verreisen und ich habe auch ein paar Termine noch, deshalb wollte ich euch heute mehr abfilmen, abdrehen, Videos, damit ihr dann die Woche oder nächste Woche auch noch was zu sehen von mir habt und mal schauen, wie lange ich filmen kann. Und im Urlaub versuche ich auch zu filmen, da hat mir schon ein paar gefragt, ob ich das machen kann, vloggen oder auch Vorbereitungsvideo für den Urlaub und ich mache das sehr gerne für euch und ja, genug gelabert. Wir fangen jetzt mal an mit dem DM, da gab es auch, ich habe hier Kastenzettel, da gab es auch auf Ernährung und Anpflege und sonst was für 33-fach Punkte mit Payback oder Coupon 15-fache Punkte, wenn wir zum Beispiel wie Rossmann eben, da gibt es 10% und hier war 15%, da habe ich fast 3 Euro gespart. Ja, weiter geht's, die Kamera ist hier, die Dingswalle war voll, ich hatte mal mit Yesa Sleep Einlagen angefangen, das sind ja 50 Stück normal für die Frau, 1,15 Euro hat das gekostet, dann gab es auch für mich neue Haarfarbe, ich möchte mein Haar bevor wir fliegen dann färben, so dunkle hatte ich auch schon mal und ich mag die Farbe für dunkel, dunkelbraunes bis schwarzes Haar, das ist 100% Pflanzen, Haarfarbe, weil ich von Sante, Naturkosmetik, Vegan, weil ich sonst die anderen nicht vertrage, wegen meiner Haarausfall, deshalb habe ich, die ist ein bisschen teurer, 5,45 Euro, aber ja, für unsere Gesundheit muss man das eben dann kaufen. Einmal die, dann ein bisschen, äh, ich habe auch noch eine mit Wassermelonen, habe ich schon in der Küche und noch diese Limetto und Basilikum als Wecktücher mitgenommen. Wie gesagt, war nicht viel, ich war wegen, äh, ich habe mir eine neue Brille bestellt, der kommt demnächst, weil ich, ich habe nicht mehr so, ähm, gut gesehen mit meinen anderen, ein bisschen, äh, mein Augen hat sich ein bisschen verschlechtert, der linke, aber, wenn ich Videos drehe, brauche ich keine Brille, weil ich sehe schon, aber zum Lesen so, ne, und deshalb war ich da in der, bei uns so eine Passage eben, da gibt es viele, äh, verschiedene Läden, äh, Reichmann und so alles, seht ihr dann demnächst und, äh, Ernstings Family und sowas gibt es noch viel zu sehen von mir, bevor ich fliege, haha, und ja, äh, genug gelabert, äh, ja, einmal für die Kinder, das heißt für die Bruna und für die Beatrice, äh, so als Vorrat, sie haben zwar noch welche, aber ab sechs Jahre für die Beatrice 65 von Donto Dent, normal, es blendet ein bisschen die Sonne, sorry, und für die Bruna, äh, äh, drei bis sechs, sie ist ja noch sechs, wird nächstes Jahr sieben, diese schönen hier von Donto Dent, für Milchzähne, ja, hat sie auch noch die zwei, und dann für die Bruna auch von null, äh, nicht von null, bis sechs Jahre, sie kann ja noch benutzen, weil sie ja noch sechs ist, mit, äh, Fruchtgeschmack, von Signal, von und mit Conny und so, fand ich sehr schön, das hat 1,55 Euro gekostet, immer für die Kinder, dann, ne, haha, habe ich auch bekommen, von Copacabana, ihr, ihr schwärmt alles so, äh, schon so, ich hatte letztens ein Shampoo, habe ich noch nicht benutzt, und jetzt habe ich Duschgel, nur eine, weil, ich habe meine, ich muss da noch, meine Duschgelsammlung abdrehen, da kommt der noch auch mit rein, riecht sehr lecker, ich habe bloß eine, weil ich noch so viele Duschgels habe, und für die Handtasche zum Verreisen, auch diese kleine, mini, äh, Handcreme von Copacabana, haha, ich freue mich, 55 und die kleine Probiergröße, muss ich kurz schauen, Copacabana Handcreme, 45 Cent, war auch nicht teuer, das ist 30 Milliliter, 45 Cent, oh, günstig, so, dann noch hier für die Mama, für meine Abendessen immer, ich möchte, äh, ich mache gerade, ich mache gerade Diät, und dann habe ich mir diese Dinkelwaffeln, anstatt Brot für morgens und abends zu essen, mit, ähm, Teewurst, oder, mit Kochschinken, oder sonst guten Schinken, und so, habe ich mir die mitgenommen, von dem Bio, der Dinkelwaffeln, ich glaube, die waren 95, oder? Dinkelwaffeln, Ja, 85 Cent von dem Bio, dann gab es hier auch für die Reise, für die Kinder, äh, von Sundance, äh, Kids, äh, 50 hoch, Sonnenroller, 100 Milliliter, ich glaube, bis 100 Milliliter kann man das mitnehmen, und das war von 4, äh, 3,95 auf 1,59, ne, 1,95, und die auch für die Lippen, mehr für mich, oder auch für die Kinder, der war auch immer verkauft, Ja, diese hier von Sundance, äh, auf 75 Cent, ja, war auch sehr wichtig, dann habe ich mir für Haare und Nägel noch Kieselerde, Intensivkapseln, für Haut, Haare und Nägel, hoch dosiert, ja, man nehme 3 am Tag, ich nehme das seit gestern schon, 2,75, und dann noch hier für mein, Für meinen Bruderlein, ähm, für meinen Bruderlein, ähm, für meinen Bruderlein, er hat mir so, äh, kannst du mir was bringen? Und dann habe ich ja gesagt, er sagte, ich kriege schon Fältchen hier, er ist 30 geworden, ha, 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 und er hat gesagt, bring mir diese von, äh, die kleinen Prüppchen, ist praktischer für mich, obwohl die, äh, nicht so, äh, eher die großen, äh, sich lohnen, aber er sagt, Bring mir bitte, die kleinen mit, diese Q10, äh, für die Nacht, Huch, weil ich hatte letztens, als meine Mama hier war, hier eine geschenkt, und noch ein paar Kleinigkeiten, zum Weihnachten war sie hier, Und da hat er auch die benutzt, und er sagt, ist gut für seine Fältchen, ha, 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 jetzt habe ich 4 Stück, und die kosten jeweils 55 Cent, Und ja, Nachtcreme Q10 Antifalten, strafft und stärkt, mit Omega Komplex, ja, die kann ich auch mitnehmen, für die Reise, weil die sind ganz klein, Und noch solche, noch 2, noch 2 für die Tage, Tagescreme, auch die gleiche Marke, ich meine die gleiche Serie, und ich kann euch mal zeigen, sieht so aus, ich nehme das so, mit in meine Handtasche, Ich muss diese, diese Beutel mitnehmen, wie wir verreißen, die, da sind nur 5 Milliliter drin, dann nehme ich die alle 6, und passt schon, braucht ja keiner hier Karton, weil das nimmt viel Platz weg, Ich schwitze, wir haben, wir so, äh, wir haben jetzt 10 Uhr, und ich glaube, wir haben schon über 20 Grad, und ich schmelze, ja, ich mache jetzt mit Müllarbeiter, weil sonst wären wir hier nie fertig, Ich habe Backpapier gebraucht, und da wir jetzt diese Woche nicht direkt schon fahren, habe ich mir von Müller mitgenommen, 30 Stück, schon vorgeschnitten, 95 Cent, Wie gesagt, ich hatte diese 6 Euro, und jetzt bei dieser, ähm, Müller App, der heißt Müller Deutschland, wenn man einkauft, kriegt man auch, äh, paar Punkte, und das, äh, rechnet sich dann in Euro, Und dann kann man das immer wieder an der Kasse machen, und weniger zahlen, so. Einmal von, äh, Bio Primo, die waren auch in meinem Angebot, 20% auf die, auf die Marke, habe ich mir einmal Waffeln, Maiswaffeln ohne Salz für die Kinder, und für mich wieder Dinkelwaffeln, weil, wie gesagt, von DM hatte ich die auch noch, ich war letzte Woche bei DM, und vor zwei Tagen bei Müller, deshalb, habe ich die jetzt 3 mitgenommen, weil da gab es ja 20%, 20%, kleine Unterbrechung, haha, Mama hat dann, so, ich habe mir die auch die LA gekauft, meine Schwitze, hm, ich habe mir die LA gekauft, schön, nur die zwei Pinselchen, die Kompaktpuder, und diese, haha, habe ich mir auch geschnappt, die Preise, ne 1,95, dann 2,75, die waren für 2,95, und die auch, ja, kann ich mal gerne zeigen, so sieht das bitte, oh, wie schön, wie mein Honey, und mit diesen Wabenmuster, schaut mal, wie schön, nehme ich bestimmt in den Urlaub mit, und auch diese, die ist noch viel zu, aber sind sehr schön, sehr flauschig, und braucht man immer, ne, dann gab es hier, die war für mich, Lippen und Gesicht, 30%, weiß ich, die Preise kann ich nicht mehr, Moment, Moment, ich schaue hier, ich glaube, unter 2 Euro, mit so einem Stick, so einem Cremefarben, äh, Transparente, dann auch für den Mann, roh, äh, roh, ja, genau, äh, Soja, Reis, Trink, von Alnatura, äh, Laktosefrei, wie gesagt, ja, ist Soja, Reis, Trink, und das ist, 95 Cent, dann für mich und die Beatrice, für die Reise, die Brüner nehmen so ein normales, die hier, Reise, Börstchen, genau, Moment, ich schaue hier, ob ich was habe, ne, kenne ich gerade nicht, ich glaube, 85 oder 95 Cent, die beiden, kann man umklappen, für 95, dieses, ja, allein wegen dieser Wassermelonen habe ich die geholt, ja, braucht man sowieso immer auch für die Reise, ne, alles für die Reise, Müller, Reiseedition, Müllerhol, Reiseedition, und dann habe ich mir diese Eco-Weisspüler, das soll eine tierische Fette sein, und mal schauen, ich muss mal riechen, mh, riecht so lecker, man, wie lecker das riecht, schau hier, Qualschmittel, Weisspüler, ne, keine, Beispüler, 1,65, nicht teuer, und ja, da hatte ich die 10% von Rossmanns, auch benutzt, aber letzte Woche habe ich die geholt, ja, dann für die Kinder, für die Reisetasche, äh, Centident Kids, äh, Inbeeregeschmack, für 35 Cent jeweils, dann, ich wollte Cookies backen, ähm, Smarties Cookies, mal schauen, so eine kleine Typchen habe ich mitgenommen, 55 Cent, dann habe ich die Beatrice auch die mitgenommen, und noch von Aribos in dem Angebot, diese Woche, 95, für 59 Cent, und die als Dier Normalpreis, für 9, äh, 95, von Itchla, Schnüre, 100% Veggie, vegan, genau, dann noch dieser Halswegreiniger, Springtime Limited Edition, kraftvoll gegen Kalk, Schmutz, Sauberkeit im ganzen Haus, ja, 1,35, auch sehr schön, ich wollte, da ich, äh, nicht zu Action, äh, gekommen bin, habe ich mir die mitgenommen, auch, bei Müller, ahhh, so sehe ich was, da auch für die Reise, für ich und Beatrice, für mich und Beatrice, zwei solche von CD, Reo, Reo, Deo Rollon, 75 Cent, mit Wasser, Lilia, nehme ich jedes Jahr mit, auch meine Mama nimmt das, wenn sie isst, 25 Milliliter, aber, genau, dann auch für die süße Brüner, für die Hand, Gepäck, Handtasche, Rucksack, Pflaster Strips, Kids, ja, 20 Strips, Strips, in zwei Größen, 45 Cent, auch sehr günstig da, auch für die kleine Brüner, diese feuchte Toilettenpapier, 1,45, mit Honigmelonenduft, mit dieser süßen Kids-Motive, aber alleine ich war verliebt, ich mag solche Brünerpacken, auch gerne, so, dann auch hier, paar Beauty Sachen, erst mal das, sorry, für meine Spülmaschine, Deo, die nehme ich am liebsten, Geruchsneutralisator, ah, mein Fuß, für die Spülmaschine, dann noch was zum Essen, Entschuldigung, alles durcheinander, aber ich habe nicht so viel Zeit, von Miyabella, Schoko, Butterkekse, für die kleine Beatrice, 79 Cent hat sie sich ausgesucht, achso, dann habe ich für mich auch für die Reise, weil ich kann, ich weiß nicht, ob ich intolerant bin, gegen Laktose, ich hatte Tests gemacht, und da wurde nichts bewiesen, aber wenn ich so Milchiges trinke, irgendwas, Cappuccino oder so, dann kriege ich so Bauchkrämpfe, und das ist schlimm, und deshalb habe ich mir die Laktase, mir die Tabletten, für die Reise mitgenommen, zwar nicht so günstig, aber kostet 6,95 Euro, habe ich mir trotzdem mitgenommen, mal schauen, wie lange ich da mitkomme, dann, Maskenalarm, auch für uns, für die Reise, eins, das war auch, diese Woche, ne, doch, ich war zweimal da, 1,79 mit meinen Prozenten, und die zum Normalpreis, die zwei, ja, fünf Stück, so, da gibt es jetzt noch, äh, paar kleine Beauty Sachen, und dann, haben wir das alles, jeweils, jeweils, zwei Stück von, von dieser, das ist neue, Strawberry, Haar, Peeling Maske, mit Erdbeerextrakt, Haar, Fruchtsäure, und weiße Tonerde, klare, feinpurige Haut, Hautverfeiner, und alle Hauttypen, Limited Edition, und die sind jetzt, gerade im Angebot, für 29 Cent, schaut mal, allein die Verpackung, einmal die, habe ich, einmal zweimal, einmal zweimal, genau, die zweimal mitgenommen, dann auch die mit, ähm, Creme Öl, Maske, Macadamia, Nussöl, Arganöl, und Seidenextrakt, entspannte, samt weiche Haut, für alle Haartypen, Limited Edition, auch zweimal, und dann noch hier, eine Feuchtigkeitsmaske, und, noch, zwei Sachen, so eine Ampulle, Vitamin C, von Cadella Vera, Vitamin C, Pro Vitamin B5, und Mineral Complex, Glow Booster, alle Hauttypen, auch, achso, habe ich den Preis gesagt, ja, die kostet 65 Cent, und die kostet, die habe ich auch schon in Benutzung, und ich liebe das, von Cadella Vera, 3 in 1 Ananas, und das riecht so gut nach Ananas, ja, für eine normale Haut, Vitamin E, Ananas Extrakt, und Vitamin E, Limited Edition, und das ist, gibt es jetzt eine kleine Überraschung, wer ihr bis hier, hier dran geblieben seid, ne, aber das verlose ich an euch, die Vitamin C Buster, und, und die 3, Cadella Vera Tuchmasken, das geht an euch, für die Treue, und, weil ihr mir so gerne, so lieben Kommentare schreibt, und ja, und ich habe auch bald die, 2000 Abonnenten, und da wird es eine große Verlosung geben, und jetzt, wünsche ich euch viel Spaß, alles steht unten, oder ich mache das so, äh, schreibt, Hashtag Vera, das ist auch mein Name, und die Marke, Cadella Vera, deshalb könnt ihr Hashtag Vera schreiben, und, und das war es auch dann, und sichtbar bitte sein, und die Verlosung geht bis, äh, zwei Wochen, heute haben wir den ersten, ja, zwei Wochen, 14 Tage, bis 14. dann, okay, dann, wünsche ich euch, viel Glück bei der Verlosung, so, jetzt würde ich auch gerne Tschüss sagen, ähm, wünschen, dass ihr euch auch nächstes Mal, wieder dabei seid, bei meinen Videos, und ja, ich hoffe, ihr seid alle gesund, und, äh, ja, wir sehen uns demnächst, macht's gut, Tschüss. Tschüss.